Also, neue Challenge. Von oben bis nach hinten laufen. Perfekt! Perfekt! Deine Wette wieder gefällig? Ja, gern. Okay, dann schau mal. Wer als erstes da oben die Spitze berührt und wieder den Boden berührt, ohne Runterzug natürlich, gewinnt. Ist die Start klar? Ja. Dann rennen wir los. Und jetzt bist du dran. Okay. 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 Okay.